Jaja Okay So, warte Muss noch kurz ein paar Sachen Da ist B Muss noch ein paar Sachen machen Mhhh Also ohne Werbung geht das ja natürlich nicht, ne? So Oh mein Gott Ähh Fax Lewis Was habe ich gesagt? Du bist nicht alleine Zuhause Ja, nur das Ding ist Das ist ja das Komische Gestern konnte ich alles machen Hab ein Spiel runtergeladen Und alles Ja, und jetzt Niemand ist zuhause ob er innen kann das ist so so ok fertig jetzt bin ich auch im spiel drin scheiße ok Panzer Fahrzeug komm gespawnt vor mir zwei Gegner Leute dumm Panzer 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 ok der Panzer schießt auf uns ja aber das erste Jahrzehnte der Bewerbsteuer und das wird das auch ein bisschen war ich gehe weg das nur in Bad der Komplett auch wenn ich weiß ich weiß Rennen Rennen verwendet aber noch mehr als HP wir sind mit der der Fall okay den Begrüßungen wenn wir uns nach oben das Weg er Lass weg, lass weg. Aber... Fuckern, du stirbst. Oh mein Gott! Bist du tot? Oh mein Gott, war gerade... Bruder! Ich lebe nur noch, hab mich schon bollisch versteckt. Komm rüber! Nein, da ist ein Panzer! Wo guckt der hin? Da ist kein Panzer! Doch, der hier! Ihr müsst vorsichtig sein! Okay, der guckt nicht in meine Richtung. Du hast die Brust braucht hier. Warte, 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 der Panzer ist auf dem Weg. Es kommen zu viele Gegner. Nein! Fanny! Nein, mach's, ich reanimiere mich nicht. Ich warte einfach. Warum hast du geklappt, hä? Ich darf mich oft coachen, Alter. Ich wollte dich reanimieren, es hat nicht geklappt. Ich bin ein schlechter Kämpfer. What the fuck? Ist das denn geklappt? Ich sehe fast zwei Panzer wieder vom... Hä? Lol. Das war jetzt feindlich. Ich hab'n Typen zweimal nicht getroffen. Einfach. Lol. Ist da ein Typ drauf? Alter, was du'n Panzer, Mann! Ja, ich seh's. Ich bin nach oben im Spawn. Ich warte noch. Ich guck's mir grad alles nur an. Da habe ich die Feindscreen gesprungiert. Ich hab'n dezentlich kleine Probleme. Ja, ich weiß. Ich seh's. selbst hier den gegner mann ich frag mich wo das von uns auch wieder er hat auf dem Boden warte ich hatte war zwar zwar bleibt 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 auch nö nein omenig Dankeschön oh mein Gott hihihi abgeschickt ja ich 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 den Kastler Ja. Warte. Panzer. Ne Infanterie, Infanterie. Angenehm. Lass die Typen einfach vor uns in der Nase waren und standen. Okay, ich bin gerade kacke im Spiel. Ich bin gerade irgendwie nichts drin. Ich bin gerade überfordert mit Snipen, Alter. Nein, der hat immer Panzer genommen. Ich war gerade im Panzer rein. Unsere Punkte werden eingenommen? Oder die nehmen sie wieder ein? Deswegen bin ich so kacke. Ich hab ein anderes... Ich hab das... Ne Infil... Ne, Enfield. Enfield-Sniper gab. Nicht die Krak Jürgensen. Ah. Warum hab ich so verkackt beim Snipen? Ich hab... Ich überwunder mal, ob der Sniper sich so komisch anfühlt. Los, erobern wir das Ziel dort. Geil. Die beiden Typen kämen da oben, wenn EF eingenommen wird. Ach da. Die da meinst du, ne? Waaa? Oh, ich seh' es. Hab's gesehen. Die... Hä? Wie sehen das die Mehl? Jetzt in diesen Augengebäude drin. ich Oh Gott, Riesen, ja. Uiuiui, spring rüber. Bei eh sind Gegner. Spring doch rüber, man! Oh mein Gott! Ja, GG! Ich weiß auch keine Ahnung, wo die sein könnten. Die direkt hier, man, Atte! Nein, äh, Panzer, Panzer, Panzer! Wer hat nämlich bitte getroffen? Ich fack einfach durch die Band auch durch. Ich weiß, das Spiel nicht aus. Will ich mir einen Panzer nehmen? Obwohl, nee. Ich nehme mir einen Panzer, doch. Ich nehme mir einen Panzer. Ich nehme meinen schönen Tiger. Ich fahr mit dir mit. Wunderbar. Obwohl... Objektiv Friedrich, helfen wir uns zu den Anni. Oh, was ist verdammte Ziel? Ich fahr mit mir seinen TK. Ich geh zu elf. Entschuldigung. Was ist hier denn? Oh. Ich weg mit dir. Oh, Panzer. HPro! Nein, nicht getroffen! Was? Na vier Schaden? Wie ist dasите? Oh! Kann man zwei aus? Ich bin für die Kapitel verloren. Ach! Was von? Sch fuzzy? Ach! verloren gegen einen flackpanzer luftabwehrpanzer als tiger kommt mir in den flugzeug ich würde schön bomber reingehen mit 16 bomben was bist du stucker das ist auch ein bomber nur mal so warum ist die scheiß steuerung verkehrt meinst du runter ist hoch hoch ist runter nein hoch ist hoch und das runter aber das ist jetzt auch was ich letztens flugzeug drin ja aber da war es anders deswegen und hier ist eine option option steuerung warum nehmen wir das hier langsam ein um auswählte d ach so dem das bomber mit dem ist ein stutzt wie man die antworten im stutzen aber doch wer kommt ließen nein mit erster fallt hast du wahrscheinlich a aber wenn du bei diesem stutzflug ich bin so ein guter flieger alter ich sollte sein krieger bleiben eigentlich stutzflug du bist tot ja wir lassen es sein mit dem fliegen ich will in ein flugzeug rein, du hast den platz geklaut wir verlieren, wir sind in einem scheiß trupp drin, keiner ist hier allgemein die runde ist überkacke, ich meine lass mal trupp wechseln nach dora machste ja ich bin in dora drin so, ja sieht schon besser aus jetzt haben wir auch endlich mal mehr plätze zum spawn ich habe zwei Panzer man ich habe zwei Panzer boah ich bin so da ich bin mit dem da wie dem ist dann und dann die und Jaaa... Wir sind so krass gut gerade, Alter. Ich bin 23. und gewiss 19. glaube ich. Ja, aber es sieht irgendwie... Keine Ahnung... Irgendwie... mies kann ich... Ja, ich weiß noch so meins. Irgendwie... Was hat man denn das noch? Ich muss irgendwie ins Feeling reinkommen. Ich hab grad auch nur ein Feeling. Oh, was ist das da, Alter? Ja... Ich brauch ein anderes. Ich brauch ein anderes. Ich versteh diese Einstellung nicht vom MG. Normale Standard auf Fadenkreuz 1,5 Zoom. Und ein Scheiß Visier 1 Zoom. Sollen wir kurz draußen rein nochmal? Kann man wechseln? Nee, lass ich das jetzt mal nicht spielen. Vielleicht liegt auch an der Map kein Haus an. Vielleicht. Ich bin jetzt Sturmsoldat. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf andere Klassen. Ich hab übel Bock aufs Knife. Komm, 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 komm. Wunderbar. Ey, glaub ich bin nicht. Pfing, komm, komm... Meadeich komm, 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 komm. Fuuuuck Geh mal wieder in Hand? Ach ja, muss doch in Hand sein Lass uns die Kratkriege Irgendwie fehlen die Geräusche vom Fahrzeug gerade. Irgendwie komisch. Ich höre keinen Motor. Ah, jetzt höre ich den Motor. Da ist ein Panzer. Tschüss. Warte mal, ist das zerstört? Da ist ein scheiß Panzer, der ja aktiv ist. Was? Geh rein! Ich fick mein Leben. Ich kann mich nicht... Spring, spring, spring. Ich spring. Doch. Wir haben ein Problem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich spiele mal jetzt mit einer anderen Panzer-Faust, mit der ich sonst nicht spiele. Weil die einfach kacke ist, mit der Animation bei der Nachladzeit. Nein, mein Flugzeug ist weg. Der eigene Typ, der mich gerade gekillt hat. Ich bin einfach bei elf. Ich habe kein Problem. Ich fühle mich gerade... Wer wäre es ein Bossgegner? Barbaran, tu was, Mann! Ich kann sogar gerade einen Panzer zerstören. Er flieht wegen mir. Achso. Aber ich habe mich nicht getroffen. Der ist da immer noch. Feindlicher Panzer! Was machen die hier oben auf dem Dach? Ich treffe mich auf. War an da. Das Panzer. Boot parkiert. Okay. Ja. Sie haben den Schaden gemacht. Ja. Was? Da kommt noch einer. Ach, kommt schon. Da ist noch einer. Alle drauf, alle drauf, alle drauf. Oh, ich hielt die in das Haus rein. Okay, ein Panzer zerstört. Barbaran, hier links, um das Haus herum. Ich will manchmal das erste Munition holen. Ich habe nur noch ein Dynamit und keine Panzerfaustschüsse. Komm, einmal mitgeben ist immer etwas. 50 Schaden gemacht. Da bist du ja wieder. Hey, wie geht's geht? Oh, ich habe noch gemacht. Oh, du warst viel wichtiger als ich. Ich hätte noch trainiert. Du hast ihn aber nur angeguckt. Ich war dabei. Ich wollte sicher gehen, dass er mich sieht. Ach, egal. Du hast ihn nur angeguckt. Du hast gar nichts gemacht. Ich bin gerade angekommen. Nein. Wie kann ich mit meiner Pistole stärker sein als ich mit einem Stummgewehr? Er ist hier hinter den Sandsäcken da. Irgendwo da sollte er sein. Er ist schon tot. Er ist schon tot. Ist hier noch ein Panzer? Nein, aber Sniper. Das ist ein Sniper nicht. Gefährlich, oder? Er hat markiert. Da ist er. Ich reine. Von was? Von Rack. Mit Dynamit. Hallo, ich packe deine Waffe. Peter. Ich bin Günther, nicht Peter. Achso, heißt er Günther? Ja, ja. Ich muss nachladen. Warum? Was? Keine Sorge, ich helfe dir. Das ist ein Panzer, oder? Verbündeter. Das ist ein verbündeter Panzer, der schießt. Ja, gleich gleich. Was? Geht kein Truppanführer? Was soll das? Bereit, fällt webeln. Da ist ein Flak. Und da kommen Spieler, das Scharfschützen. Oh mein Gott. Ich habe gerade keine Schüsse. Ich bin gleich tot. Noch ein, drei, weil ich bin tot. Ich gehe hier von der Mauer. Die Panzer sehen uns nicht. Die haben da nicht geschickt, dass wir da sind. Zerstören, zerstören. Oh. Oh, der ist gut. Oh, Shopkeeper, der ist gut. Oh, der sieht mich nicht. Der Panzer sieht mich. Scheiße. Keine Munition mehr, fuck. Neue Pistole. Ich habe den Wegsens auch getroffen. Neue Pistole. Keine Munition. Der ist an der Reparaturstation. Daher ist es so schwer zu kriegen. Oh, fuck. Ich bin dos und tot. Dieser Schrei. Oh mein Gott. Wird er animiert. Für welchen Preis? Ich habe nur eine Pistole. Ich bin geliebt. Hilfe! Wir haben F verloren. Toll. Der Infantleister ist richtig. So seid ihr bei D. Ich höre jetzt ein C. Wir verlieren ein C nämlich. Was? Ich stehe negativ. 8 zu 10. Was soll ich sagen? Ich stehe noch nie negativ. Ich bin gerade so krass. Missgelaunt, ne? Oh mein Gott. Weil ich... Also so... Ich geh so wie wir... Letzte Gleberverkrat. Der ist auch tot. Kacke. Ich glaube, ich bin allein zu Hause. Und die ist einer gerade gegangen. Ja. Ich hatte eine Idee. Ich werde diesen Stream benden, flaschen, meinen, meinen starten. Und meine Fässer brennen. Weil ich wie so grauenhaft gerade... Ich lasse meine... Ich lasse diese Aufnahme. Ich lasse es tun. Bei mir wird nichts gelöscht. Alles bleibt Original. Also fertig. Ich stell ihn jetzt mal ein Jahr nach dir aus... var... Ich invece... Ich find das immer... Aber ich sei nicht mal... Ich werde nicht là... Ich fahr' было... Der hatte mich gar nicht... Das ist doch gar nicht... O hat mir nicht verdelernt. Wie, wo haben wir es ... V1 zu die fetten Ersche von den kackten Engländern. Ich bin erledigt, helf mir! Medic, komm! Drei Meter! Hier ist auch Munition, ne? Ja, da. Und da ist Heilung. Erwarte weitere Befehle. Ich habe mich gemerkt, Leute, ich habe keine Sünde. Fahre an, ich ist Panzer! Ich kann nichts dagegen anzuhnen. Was war das? Scharfschütze oder was? Scharfschütze und... Mich hat ein scheiß Fahrzeug überfahren! Und nicht mal auf coole Art von vorne, einfach von hinten! So ein Bastard! Auf C kommt ein Panzer und noch ein Panzer gefressertes Fahrzeug ist dort. Ja, dieser eine scheiß Panzer. Ich bin hinter ihm, aber ich habe keine Munition mehr. Warte, warte, ich regel das, ich regel das. Ich bin schon bei mir, komm! Ich bin schon dabei hier. Lässt das tot. Guck mal, der ist dumm. Da ist noch ein Panzer hinter dir. Da ist noch ein Panzer. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Könnte ich aber jetzt. Kann ich nicht mehr. Keine Munition. Äh, Furkan. Der hat die Flag hier. Hast du die Flag? Nein, ich habe nur Schaden gemacht. Man hat nicht genug Munition um meinen Panzer zu zerstören. Man muss alles treffen, sonst kriegt man den Panzer nicht. Oh, Wumpel, wo ist der Furkan? Oh, wo ist der Furkan? Warte, bleib mal. Scheiße. Du bleibst bis noch am Leben. Du bist gleich tot, scheiße. Umgebracht? Ja? Mach rein, komm her! Warte, ich bin schon bei dir spawnen, du bist noch im Gefecht. Nein! Scheiße. Jetzt bist du tot. Liegt richtig. Was war denn mit dieser Panzerfahrer? Ah, weiß er nicht so nicht. Da geht's. Wir müssen throughout die evaporation. Der Luther! Nein, nicht mal hit, kacke, ah, er dreht ab, nicht aufgegeben. Munition. Was, ohne Animation, bin ich abgesprungen? V1, V1, auf mich glaube ich. Doch, aber ich muss wegrennen, ich muss wegrennen, ich muss wegrennen. Warte, geh in der Rechte. Ich mein, unser Squad, also V1 machen. Hab mir Scharfschützen gehört. Oh, ich bin so krasser Marsch, krass. Wir brauchen so schnell wie möglich eine PAK 40. Der Truppführer hat keine V1 gerufen. Er hat irgendwas anderes gerufen. Ein Fahrzeug oder so. Eine PAK 40 hat er gerufen. Transporter, der stirbt, okay. Okay, jetzt kommt eine V1. Nicht von uns. Kann man die V1 abschießen in der Luft? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub auch nicht, nur fast auf dem Ding. Naja, alle versuchen es, aber... Hab ich mir nie gesehen. Ich auch nicht. Kommt noch eine V1. Was ist das drauf? Die geht zur F, glaub ich. Nein, doch nicht. Keine Ahnung, wo die ihnen geht. Da ist... Ah, die gibt zu D. Keine Ahnung, wo die hingehen. Nichts getroffen. Wow. Wunderbar gemacht. Es war unsere. Nein, jetzt kommt unsere. Jetzt kommt unsere. Wo ist unsere? Keine Ahnung. Da vorne. Äh... 120. Äh, sie kommt auf F zu. Ich glaub, was ist unsere. Ich geh mal lieber hier weg. Ja, ich auch. Und? Ja, unsere. Ich bin tot. Oh... Oh, hey, warum? Wegen diesem hellen Licht, hab ich die Gegner nicht sehen können, die vorne gerade kam. Ja, ich hab die auch nicht gesehen. Ja, wir haben noch ein Maid hier. Unser Squad ist scheiße. Der Scheiß-Gott-Pisser, alter. Hm. So. Ich probate jetzt schnell D. Bevor noch... mit den Bomben runter. Welches ist ich's treffe, ne? Ein Kill nur. Warum kriegen wir nicht D, wenn da nur... einer war? Da war nicht nur einer. Aber es hat einer einen getroffen. Viele Grad. Ich hab... 20 Wochen geworfen. Oh, guck mal. Umrechtlich will ich das Kill. Ich... 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 ich seh nur Schüsse grad überall, ne? D. Ich bin da deuter passiert. Ich check nich, welche... von wem wir sind... Ja, wir haben verloren. Wunderbar. Hat ja nicht mal Skills, alter. Skills. Brennt hinter. Was? Ja! Nicht im Minus! Warte mal... Was ist denn mit mir? 19. war ich, was? 11.15. Wie kacke war ich? Ach ne, Flugplatz. Ich will doch nur ne gute Map haben mal. Ich hab doch nur Waffe freigeschaltet. Nee, 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 die will ich nicht. Ich benutze jetzt die Ribble Rolles. Die ich nicht habe. Ja, aber ich. Ich warte nicht die Dingskriege im Selbstlader. Ja? Hm. Nicht den Selbstlader. Spür mit Dingern später. Turner-SML. Sie ist Turner-Gewerbung. Sturmsoldaten. Das ist gut. Aber in dem Selbstlader komme ich übel gut klar, deswegen. Wo spawnt denn unser Squad, Alter? Hi. Ja, wir spawnen da vorne irgendwo. Das ich auch. Aber ja. Ja. Du musst echt sein. Auf der anderen Seite. Okay. Mach Platz hier. Oh. Kinderzeugen. Oh. Oh. Guck mal, wie ich aussehe. Übelst krass, ne? Guck mal, wie ich aussehe. Standard. Das ist alles. So, jetzt. Äh. Wartig fahren wir uns bisschen die Sicherheit. Oder schlägt das sofort aus. Warum nicht. Scheiße, er... haben wir einen Schlagplan vergeben zu C zu C, wir nehmen C ein das ist der Sniper aber fährt doch mit R2 Autsch Boah, WTF, Alter Bist tot? Willst du mich heilen? Nein, komm nicht hin Die schießen alle hier gerade wild Ich hab noch Zeit Ne, schaff ich nicht Ich sterbe jetzt schon hier wenn ich einmal kurz aus Deckung gehe Ach, dann bleib da und ich versuch dann weiter zu spawnen Ich kann nicht spawnen Warum nicht? Jetzt? Nein, wir haben nichts Steh ich nicht Obwohl er nicht steht im Kampf jetzt zu den Kampf Huuu Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, es ist gut auf mich daran, ja Ich hab mir schon gedacht, dass einer ist Er ist mein, da recht noch Ich kann... Ich kann... Ich spawnen, hä, die komisch läuft Bist du jetzt in spawnen, ja Du bist zu 10 laufen Ja, ja Also ich spawnen jetzt bei Shopkeeper Ging nicht bei mir Tja, wenn man lid ist Wenn man primum hat, ist es halt so, ne Ich kümmere mich auf dich Hallo, so reingefrocht Nein, warum lebt hier jetzt nach? Ich hab' ihn Ich hab' ihn Warte, bleib da, bleib da Okay, ich bin tot Oh mein Gott, alter Folg dem Rad zu töten, abgesehen wie du gegen ihn gekämpft hast Och, die greifen uns von hinten an Die haben F eingenommen Ich nehme jetzt mal Sturm-Soldat Da hab ich das mir diese Reinimieren Als stressiges Ding und Ja, ja Sag mir auch, das Ding Uhhh Komm Ich riskier's einfach Dankeschön Niemand tötet mich Aber ich wär' sofort tot Ja Ich hab'n Back gehabt, ich hab's durch Visier gezielt Sah nur schwarz Ey Ich ziel weg und danach Ich mag diese Map nicht Ja Warte, ich nehm' halt Das Turn A Aber Mit Ohne Visier Mit Im Normalen Interessant Wir sind immer scharf auf C Ja, wir sollten mal aber auf F oder auf A oder so Ich geh' auf A Oh mein Gott Oh mein Gott Ich geh' doch schneller nach Warum fliegt der Panzer? Mann, will der nicht verarschen? Okay, ich geh' doch will ich gleich Panzer, seht ihr ihn? Dass der Besinn den überfahren hat Ja Hast du? Hat er verstört, ja, ja Kommt das zu A Scheiß auf C Hinter dir, pass auf Ok, er ist tot Er sagt Scheiß auf C Achso A Und dann darf ich stehen Du darfst nicht Hast du grad meinen Killstück gesehen? Nein Ich hab grad vielleicht 5 Leute getötet Ohne zu sterben Im Teil Von hinten alle Oh mein Gott Das ist ein Highlight Alter Scheiße Und ich hab's auf Aufnahme Immer so traurig, wenn so sein Jeder grad da ist Dich reanimiert Aber dann in Animation abbricht Weil der tot ist Ich wollte zu C Äh zu A Aber da waren so viele Gegner In C grad drin Und die haben mich nicht bemerkt Das war so verlockend Oh, war Janik Fuck Janik Ja, der guckt auch mal den Livestream Jungen, sag von wo Außerhalb des Zauns Da holt gestorben mit dem da hinzu Niemand mehr Bist du sicher? Hier ist niemand mehr, nein nein Oh, was geht der Basta? Will ich verarschen? Da kommt ein Panzer, ein leichter Panzer Der mit den Rädern Das ist mein einziger Panzerwagen Oh, bei mir dann Das hätt ich ja nicht gesehen Hörste den? Ja, keine Ahnung Okay, er rammt hier rein einfach Alter Ist der tot? Nein Der raucht Komm schon Oh, der ist fast down Da ist auch noch eine Missionskiste bei A Ja, ich bin dabei Der ist out of map Zerstört Easy Außerhalb der Map habe ich schon zerstört Der hat A einfach eingenommen Alleine Nein, zu zweit Ich sehe ja keinen anderen Schussbaran Da kommt ein Panzer, glaube ich nochmal Ja Ja Mach hier Ah, okay Ja, ist so weit zu weit weg, ne? Ja, riskier ich nicht, ist zu weit weg Lass mich auf, Bart Schuss Hier von hinten Also, Soldaten Nein, das ist ein MG doch Der hat zwei Waffen Okay, jetzt kommen zwei Soldaten Nein, Soldaten, Soldaten, Soldaten Ich hab den Oh, rechts auf dem Berg ist auch noch einer Echt? Ja Der Panzer Ich hoffe, es kommt Ich kann noch nicht Oh, fuck So eine Explosion Auf einmal ist die Animation weg Diesmal bei 10 Oh, wie knapp war das Aufpassen, Granate kommt Äh, im Ernst Das ist, was aus riskiert, recht vorne am Eingang, ne? Ja, ich weiß Aber die checken uns eben nicht Bei mir schon Die riechen müssen schon diese Level 50 sein bei mir So, Endlevel Da hat ein Panzer abgemacht Hat ein Granate Ich krieg mal ein Leben, als ob die dort am Kämpfen waren Ich kann nicht zu dir, sorry Doch kannst du Sind das nicht Gegner? Nein, die ist nicht mehr Ach, du bist hier drin Ich dachte, du wärst draußen Ich pfleg dich wieder zusammen Oh mein Gott Was? Das ist unfair Das ist unfair Das ist unfair Hast du die nicht gesehen da oben? Nein, nein Das war unfair, weil Bei mir Ich war schon Fertig Und konnte aufstehen Und bin Auf einmal wieder runtergefallen Ich war ja deswegen Trotzdem Da war es unfair, finde ich Ich wurde schon Reanimiert, aber ja Okay Panzer, glaube ich Ach, Furkan Ich hab ihn bekommen Ich hab ihn bekommen Achso, hast du bekommen? Ja Ja Granate ist hinter Luft Uuh! Der hat, der hat Diese kleine dumme Vollze hat meine Waffe geklaut Ja, machen die manchmal auch so sehr wenn die die 4 gedrückt halten jetzt habe ich ein schönes stand los, red rein hab ihn wie euphorisch denn hast du so hallo altes Haus und die hat immer noch nicht ihre Waffe das sind zwei Stück Hilfe Sunny ich sehe dich Sanitäter da und da ich krieg dir hin bewegt dich da ist nichts danke aber wurde das auch animiert? nein ich wollte spawnen achso oh wir holen wieder auf Granate Bau hier, Bau, 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 Bau hey, Bau und? nein, die Mauer ist kaputt bau, 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 alles zu bauen geil ich habe die Barrikade errichtet und bin da auf dem Insel gestorben ich bin tot ich bin tot ich bin tot alles weg 0 Meter, komm ich sehe 4 5 sind nicht, 4 5 Meter, 6 Meter, 16 Meter, einer ich kann mal Panzerabschießt wahrscheinlich ich bin Sturmsoldat, sie hat eine Panzerfaust, hallo da kommt einer wer ist das? wer ist das? das ist der Alpere oh ja hat mir leid ich bin tot ich bin tot ich bin tot man kann dir gar keinem vertrauen ich bin tot 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 ja toll guck mal, die Runde gefällt mir wieder 20,7 ist doch schön, ich bin der erste auf dem Server 8,6 und Furkan ist ein Sieb geworden du wurdest einfach gesiebt, alter ja Woh warum bauen die immer noch mal das ist ein Panzer? ne, das ist kein Panzer hinlegen ist so effektiv mit dem Spiel ach rein rein nein da kommt einer hab ihn verdammt gefährlich einfach so fokern Dynamit hab ihn ich sterbe auf dem Weg dorthin oder? ich hab ihn nicht nein doch nicht oh das ist ein Gegner hab ihn das ist eine Sturmsoldaten ich geh hoch auf den Berg nach hinten nochmal zu zäh weil ok oh mein Gott ah, ah ist krass ja wir waren anentdeckung, lol alter wieso Rebellen kommen wir alle raus auf einmal ja wieso Rebellen lol ja hab ich gesehen wir verlieren die von da ran also teils die gehen alle weg die Gegner die sind alle hier um auf dem Berg seht ihr das? glaub ich ja ein Panzer ja da aber ne der macht nichts ich zerstelle ihn trotzdem ah, hä, vormann hinter der Bahn dreh um du musst ja einzig dreh um der ist ein Gegner oh, die sind auch um auf dem Berg ja ja die, äh, die haben es angeschossen ich geh in Deckung gucken wieder weg da kommen wir da erinnern wir ran hu äh ich bin fast tot wieso ich ich war okay aber als ob du mich instilliert wie der mich sag bei A sind immer noch sieh kein oh da scheiße ich über das rück oder sind die am besten ich hol mir wieder das was uns gehört ja bei D sind nur ein paar Gegner wahrscheinlich vorne in den häusern ja hast du dynamit hast du irgendein getroffen nein sind wahrscheinlich jetzt weg nein ich bin tot und wo hinter dir war rein hatte er da nein nicht von der Tür aus jetzt in Richtung da aus der Tür vorne ja ich verbrenn schweig schweig orientierung mal weg ja so hinter dir rechts nein ja du kannst es markieren immer noch auch wenn du auf dem Boden liegst ja hab ich vergessen hier ist einer wieso bin ich beim Spawn gespawnt ah ja weil es da F wollte wir sind das Ziel dort erobern frag mich wo der GK ist das ist das ist grad groß wo sind die die wüsste dann bei E bei E da ist einer der bestehen so hingelegt ja und lacht euch grad aus das hier nicht sieht oder so ehrlich und ihr verliert sehen auch nicht alle gerade klärt obendrauf vielleicht bist du sicher kann sein oder nicht eigentlich eher weniger ich weiß wo der ist der war hier in der munitionskiste hier in den dingensweiler hier drin fuck alter man kann auch übertreiben so einer auf pop-hands ich muss noch akku wechseln Geh mir mal eine Barate. Geh mir mal kurz Deckung. Ja, mach ich. Okay. So schnell? Ja. Oh, da macht Holz kaputt. Die Spitze macht Holz kaputt. Äh, die Axt meine ich. Die hat dieses Holzzauner kaputt gemacht. Guck mal schnell. Deckung bauen. Hat so eine Axt an sich, ne, wa? Was baust du da? Ein Graben? Oh, jetzt rückt sich er an jetzt. So, bisschen Deckung hier errichtet. Für spätere Kämpfe. Die nicht mehr kommen werden oder... Ja. Egal. Zu A? Zu B. Wir haben immer noch keine V1. Ich weiß. Dauert noch. Wieso sind hier so viele Leute bei C? Nein. Niemand nimmt sie ein. Ich geh ver... Okay. Und da hat mich getroffen. Ah, ist du mich? Ist du mich? Scheiße. 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 Jetzt reinig mir du mich. Ja, lass doch nicht nach. Ey, diese Deckung hier ist voll praktisch. Jedes... Ich weiß. Das ist aus dem Gegner-Bachern. Dahinter. Oh mein Gott, da sind so viele Gegner-Bachern. Da drüben, bleib wachsam! Und wo? Oh. Angenehme Sache. Und wenn man weiß, wo die Gegner sind. Ah. Oh. Was im Weg? Genau da! Es ist gefährlich! Genau da! Es ist gefährlich! Da steht die Frau. Okay, bin zu mir. Boah, Scheiße. Familie. Geht alles neid? Ich sag dir nicht, ich bin live. Stört nicht, ne? Man hört alles im Mikrofon. Kommt der eine nach dem anderen rein ins Haus, ins Zimmer und fragt, ob ich essen will. Wie der andere auf meinem Vater am Balkon klopft an die Fensterscheibe. Willst du was essen? Oh, V1. Nicht unsere. Okay. Ich hab auch B gemacht. Ne V1. Ah, geil. Bisschen heim. Hör mal. Hör mal. Ich will sehen, wie viele sterben. Komm. Einer nur? Was? B ist noch nicht mehr... Oh. Nein! Du hast gesehen, wie er mich umgebracht hat. Ich lag am Bohnen, der kommt. Nein. Zieh mich an meiner Weste und gib mir ne Kopfnuss. Nein. In 9K. Ich bin erster auf dem Server, oder? Normal. Bester Trupp, Junge. Nicht Server. Nein? Mh. Mh. Knapp. Zweiter auf dem Server. Ich wäre erster, wenn mich nicht mal gestört hätte. Wär es eine andere Map, werde ich auch zweiter gewesen. Ich will einfach was gucken. Ich muss Dings spielen. Versorger sehe ich gerade. Warum? Wegen Dings Mission. Ich glaube ich spinne hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich snipen soll, oder nicht. Ist die K7, also KI7 eine Dingens? Sniper? Ja, ist es. Okay, jaja. Die ist übelst gut. Ja, ein Schlagstoff hier. Sag ich snipen? Ich weiß nicht. Warte. Soll ich denn bei Aufträgen? Ja. Ja, ich bin Sniper. Aber in Navic. Wie hier so ein Toilet. wo ich die Gegner nicht sehen kann. Mein Opfer ist, kann man die auch nicht sehen. Aber kurz. Ich habe kein Ding, ist da auf, glaube ich. Visier. Ja, habe ich nicht. Ich will die ohne Visier. Ja? Kannst du das Sturm sagen? Das ist ein scheiß Sturmgewehr fast schon. Oh no, ja, ich mags. Dino. Ich wäre lieb, ne? Wie ist die Sturm 144? Würde nehmen, dass du so ein geiles Zweibein hast. Pfand sich hinlegen. Oder Deckung gehen. Und hast dann keinen Rückstoß. Ja. Ja, rennt weiter. Und kannst du diese Zeit, ganz gut. Achtung! Ich aspiriere! Das ist der Sie�� letzter. Du siehst aus dem Kallschiff. Das ist der Sieg. Und als Ange zerstört. Und du siehst das. Du siehst das. Und du siehst. Du siehst. Du siehst. too! Du siehst. Ich schaffst, dein Sieg auch nicht und du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. ist die op die war für sich gerade ich kann nicht nachvollziehen wie die kugel fliegt weil oft große entfernungen oh das ist ein Panzer habe ich irgendwas für ein Panzer? du hast Minen und später hast du nur so einen Granatenwerfer der aber nicht so viel schade macht gegen Fahrzeuge oh oh ich habe die nicht gesehen warte warte drei Barrikaden Schaden mit der KE7 und zehn versorgen versorgen ich finde versorgen das ist so schwer einfach was der Typ hat einfach jeden hier umgebracht und ich renne auch noch bis rein hier so schön auf Nein, lad doch nicht jetzt nach Renn, renn, renn ja,elah, der ist der . . . . . . . . . er schickt mich nicht heim rum wo kann ich die 6-0 ich glaub mal Atte hat mich gut ich sollte mal auf meine Waffe das war ein Visier 1,5 lol 1,5 lol 3 mal ich spiel Flugzeug wo ist der? ah da ich hab den ganz kurz nicht gesehen ich hab den aus den Augen verloren den Gegner der kommt Junge wie fliegt der? ich hab den auf das ist nicht so we've lost objective angle mein Vater kam gerade wieder rein und fragt ob ich essen will wieso? warum? ich hab doch schon zweimal nein gesagt wir die Gegner haben nur einen Piloten aber wo ist der? ist er abgesprungen da ist der ja scheiße 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 wuh das war knapp was denn da da ok ab A ist abgestürzt nice ok mal Gegner wenn du jetzt kannst dann bombardier ich das mal wenn ich falls ich treffe kommst du mal sehen mach 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 mal sehen nix getroffen hast du die Bobben immerhin gesehen? nein alter ich hab gesehen wie die na egal das ist kacke bei dem Flugzeug ich hab keinen Kreis wo die Bobben aufprallen werden der ist noch ein fuck schutz alter warum ooo 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 die feindlichen Piloten sind kacke macht er grad nen Sturzflug? nein ok noch angeschossen von wo vora immer noch alter hab ein haa moin was macht ihr hier eigentlich? ich bin im Flugzeug drin wo bist du? Ich meine nicht dich, ich meine, dieser Anna Isabel, Anna Isabel, Malina, oder Malina. Was machst du hier, Alter? Oh mein Gott. Die ganze Zeit lang schon. Was? Auf dem Flugzeug zerstört. Bringt der ab? Nein, nein. Bis jetzt ist doch gar keiner abgesprungen. Nur zwei haben sie immer begangen, sind so auf dem Boden geflogen. Oder einer, weiß ich nicht mehr. Außer Sehne oder Absicht? Weiß ich nicht. Damit du kein Kölk kriegst. Du warst tot. Er raucht schon. Gut. So, da ist der. Wenn die Brennen, krieg ich einzelne Schaden, die Dinge angezeigt, Alter, what the fuck? 300 Schaden, 94, der ist tot. Ohhhh. Die hängt immer noch. Ich baue mal bei dir. Ach so, geht gar nicht. Kannst du nicht, ist nur ein Einsitzer. Ich wollte sagen, es kann noch mal mit 3-4. Vielleicht, damit ich nicht mehr abgehen kann. Ja, ich bin oben angreifend. Wow, er ist einfach, ist in den Flugzeug gewesen. Einfach reingekrachtes. Den ich gerade am verfolgen war. Noll. Ja. Ach, von hinten. Warum geh ich überhaupt raus? Wieso bin ich so blöd, Alter? Oh, hab zwei geholt. Mit meinem MGs. Zwei Infanteristen. Ich will jetzt wollen, komm. Gut, dass er nicht traf. Wir haben B verloren. Das ist jetzt nicht so nice. Waaah, wie viel sind da drin? Ich bin da drin! Jetzt kommt wieder kein... Alter. Man sieht die Gegner erst einmal schon viel zu nahe als Flugzeug. Die ist endlich rausgegangen, ja, wenn die jetzt stirbt, ne? Ich setz nur eine Mission. Der Bomber kracht wieder, der Bomber ist abgesprungen, du Bastard. Ich will das mal ausprobieren, ausfahren. Ich will mal dreimal Zoom machen auf meinem D-Dance, auf meinem Geh. Hab ich bei meinem Brenn und bei der Lewis Gun. Das kann ich auch abfuck, mit dem dreimal Zoom. Wo kann ich dir 14-1? Ich check es nicht. Ich dachte, meine Mates haben die gequält, das nicht. Der ist auch in den Baum reingekracht. Ja, ich hab's gesehen. Ich glaub, die machen das aus Versehen. Irgendwo tut ich dumm. Wach hier mal, wo viele Menschen sind. Viele Gegner. Ich glaube, bei A grad. Ich glaube nur. ja sieht so aus hab einen getroffen so im geckener oder Ist der hin? Ah, da Noch ein Stuka, oder? Oh, geil, Lex! Er ist abgesprungen! Du elender! Ich seh grad... Ich habe nur vertreten, der meint Ich habe nur vertreten, der meint Er ist gerade gegen ihn Soll ich abspringen langsamer aus dem Flugzeug? Ich weiß nicht. Ich sterbe einfach nicht. Komm ich spring ab. Wird langweilig im Flugzeug. Da ist mein Flugzeug gewesen. Oh ich bin sogar bei dir gelandet. Hallo. Ah hab ich grad eingenommen und check das nicht. Oh jetzt mal. Das ist ein Gegner. Aber einmal nach oben. Wir wollen nicht Miene. Brauch leben. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Oh ich verbrauche viel zu viele Krühe. Bei der MG. Ich muss auf Versorger. Das gibt dir einfach wieder Munition. Wie Sachen wir eingenommen werden siehst du das? Ja. Wir stehen 19 in 1. Krass. Aber wie groß ist der? Ja weil ich auf Flugzeug war. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Das ist einer. Oh nein. Das ist einer. Das ist einer. Ich schieße so ein Flak Ding hier. Ey. Ich check mein Leben grad nicht. Ja. Ich merke es. Ich schieße. Nein. непний Ort. Ich hatte auch die Marke Gibellion. Du musst nur einen Werflicheben. Ich vermisse die Ware, weißt du das? Keine Ahnung. Jeder war auf F, oder? Von den Gegnern. Hat keinen getroffen. Nicht getroffen, ja. Ach, 21.2 stehe ich jetzt. Lass nach der Runde den Leistung schließen, okay? Ja. Ja. Auf G4. Okay, gut. Boah, der Panzer ist irgendwo dort, ne? Ich kann es nicht markieren, weil es so weit weg ist. Ja, Alter. Da, es ist hier, da, das Ding ist das. Ist im Spawn drin. Ja, ich sehe es. Ach, der ist überhaupt? Kannst du mich vielleicht heilen? Nein, kannst du nicht. Du schießt einfach, du gehst auf D. Also, tu dir doch was. Ja, aber TÜV nichts. Zwei, wo ich den Ding selber rufen darf. Wofür sollte ich sie einnehmen? Oh Gott, unsere. oh mein gott weil ich weggeflogen bin feind getroffen 100 sie meint 100 sie meint 171 ich glaube ich bombardiere eh der hat durch wir haben so richtung von e kommt die auch mal so wem tritt da durch nach heiligen heiligen was gar nichts aber es feindgebiet wenn er sich also mehr verstehe ich mein leben in fehlenden die war noch gerade noch so viele wir haben doch uns gerade hier durch gekämpft oder nicht war an bauch wieder mein kopf der liegt auf dem boden der pisse auch der ist tot oh mein oah scheiß wand da haben wir ja jemand snipe auf mich ja und hier ist dann da auf die hügel komm mal an schau ich glaube an mich du bist schwarz mit der explosion im hintergrund ich habe noch 58 leben ich kann mich heilen gut ich habe einen den der der glück der die 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 Was wollen wir jetzt noch? Kommt jetzt geht zu D Umball 11 Umball 11 getroffen Ah, der Befixer über den Sargent Hi Umball 11 Umball 11 Umball 11 Alle mit der Flagge kuscheln Dann macht er das schneller Ich bin so ein Depp Ich bin hier unten oben Ok oben 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 Ich flankier Scheiße Alter Der spielt der Ganatel Reanimieren die dich? Er Keine Oh mein Gott, direkt neben mich aufgeschlagen Die ist direkt auf mir eingeschlagen Ich hab die gesehen Ich war von unten Wenn das der Geinnerrische wäre, ich wäre tot Ja, ich auch Das wär zum ersten Mal gewesen Gewonnen Dach ich von der V1 sterben würde, aber War als der unsere war So, ich mach den Livestream jetzt aus, ne? Nein, mach ich nicht Ich geh jetzt einfach so Ich hab mich doch nicht Ja, ok, komm Mich interessiert Mich aber nicht So, ich mach jetzt den Livestream aus Ich hab das Ja, ich hab das Ich hab das Ich hab das Untertitelung des ZDF, 2020